Wahnsinnsplatz, schaut mal diesen Stein, was hätten wir denn drauf gesetzt? Stichgroße Säule, wie Würfel liegen die hier? Wir sind in der Sächsischen Schweiz, heute schauen wir uns das Felsenlabyrinth an und dann nehmen wir euch auf das Abenteuer mit. Musik Gigantisch So, da ist der Eingang Wahnsinn, gesetzte Steine Boah, wo ihr durchkommt. Meine Ahnung, ich versuch's mal. Oh, wie krass ist das denn? So, da ist der Eingang. Wahnsinn. Musik 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 Verwenden Sie einen Drehmoment fest. 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 Taduos. Das ist ein gigantisches Labyrinth, hat gar kein Ende, es gibt hier glaube ich 20 Stationen, wo man sich anschauen kann. Wow Aber durchkriechen Schaut mal, es sieht aus wie eine riesige Däume 1, 2, 1 Matschig Da ist Matschgelatsch dazu Mal zu der Dolmetscher noch kurz Schaut mal, sieht aus wie eine riesige Dolme, da haben wir die Steine drauf gesetzt. Und da, die Steine drauf geschenkt. Die Steine drauf. Die Steine drauf. Die Steine auf die Steine drauf. Die Steine drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier geht es weiter. Gigantisch. Hier geht es weiter. 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 Wahnsinnsfelsen. Das soll Wolfssackverwitterung sein. Das Eis transportiert die Steine immer, das wird uns immer erzählt. Aber schaut mal, wie diese Steine geschnitten sind. Überall hat es diese Spalten. Hier geht es weiter. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF glatt. Schaut mal diesen Stein, als hätten wir den drauf gesetzt. Stichgroße Säule. Wie Würfel liegen die hier. So und jetzt wohin? Herren, Damen. Einmal links die Herren, einmal bitte rechts die Damen. Oja, jetzt ist mir Schluss. Ein paar kleine Kammern. Höhleneingang. Oh, da geht es auch durch. Oh, hier die neunsten nicht. Schaut mal, wie der da drauf liegt. Ich höre sie gute Wege. Hier waren wir noch nicht. Überall so kleine Einbuchtungen. Hier sind wir noch. Oh, cool. Cool. Guck mal wo wir da rauskommen. Hier ist Feierabend. Hier ist Feierabend. Treppe nach oben. Da hast du eine Treppe nach oben. Ja. Gehen wir mal gucken. Gehen wir mal gucken. Juhu. 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 Oh, das ist eine Schale. eine schale, warte, wie komme ich da hoch voll schöne schale hat es da, wie komme ich denn da hoch ein schalen stein machen wir schön frei dass die energie wieder wirken kann hat man eine wunderschöne schale, energetischer platz auch hier hier waren wir noch nicht das ist ein riesiges labyrinth da kann man eine stunde hier hochlaufen da traut sich einer, was tut muss man gucken, wo ich hochkomme das heißt, die stunde unter uns gibt es ja wow ja, was ist wenn das ganze hier mal ein gigantisches megalitbauwerk war früher vor unserer zeit das ist halt jetzt wie ein kartenhaus zusammengefallen da kann ich mir viel erkennen ja 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 das ist das das hier sind auch Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Unser Abenteuer ist jetzt zu Ende und wir sehen uns bei dem nächsten Abenteuer. Bis dahin. Ciao.